Servus Leute, heute will ich euch zeigen, wie ihr schon früh im Spiel einen Money-Clitch durchführen könnt. Und zwar geht ihr nach Melve, dort zu dem Händler. Bei ihm kauft ihr euch erstmal Äpfel und Weintrauben. Wenn ihr diese gekauft habt, setzt ihr euch auf eine Bank und wartet bis zum nächsten Tag. Durch dieses Einnicken soll nämlich der Apfel reifen. Ihr könnt, sobald ein nächster Tag erreicht ist, immer wieder neue Äpfel und Weintrauben bei dem Händler kaufen. Das heißt, wenn ihr diesen Money-Clitch durchführen wollt, guckt immer, dass eure Äpfel reif werden und ihr aber auch rechtzeitig immer welche nachkauft, um so wenig Zeit wie möglich zu vergeuden. Es dauert einen Augenblick, bis die Äpfel wirklich reif sind. Es waren bei mir oft erst zwei Tage. Sobald die Äpfel und die Weintrauben reif sind, bringt ihr diese zum Lager und lagert sie dort ein. Weil dort gibt es irgendwie eine magische Gefriertruhe. Auf alle Fälle werden diese nicht faulig. So wie jetzt bei mir im Beispiel, dass ich schon welche über der Zeit hatte. Wenn ihr genug habt, ihr könnt das mit so vielen Äpfeln machen, wie ihr wollt. Wenn ihr genug reife Äpfel für euren Geschmack habt, begebt euch nach Checkpoint Rest Town. Dort findet ihr vor der Schenke einen Händler. Es kann manchmal sein, dass er nicht sofort auftaucht. Ich hatte jetzt Glück, er war direkt da. Sobald er da ist, holt alles an Reifen und Äpfeln und Weintrauben aus eurem Lager. Weil ihr könnt diese für 350 Gold das Stück verkaufen. Gerade in der Anfangszeit des Spiels könnt ihr so euch schnell Gold erfahren. Also los, sammelt Äpfel, übernachtet ein bisschen und verkauft diese wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Game und lasst gerne ein Abo da.